Guten Morgen! Morgen! So, wir stehen hier oben auf einem schönen Felsen, haben einen super Sonnenaufgang hier. Zeigen wir euch das mal. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier geht die Sonne auf. Wir haben es natürlich von Anfang an beobachtet. Wann sind wir aufgestanden heute Morgen? Um 6 Uhr. 6 Uhr, also richtig früh. Die letzten zwei Tage haben wir morgens so ein bisschen rumgedaddelt und Zeit vertrötelt. Heute haben wir gesagt, wir sind mal pünktlich. Und es hat sich echt gelohnt. Und ich zeige euch hier gleich nochmal einen Rundumblick. Gestern war der Tag der Wasserfälle. Wir haben viele Wasserfälle angeschaut. Und wunderschöne Wasserfälle. Seht ihr ja gleich im Anschluss an den Bildern, die hier gleich kommen. Und das Schönste war wieder für dich? Die Nordlichter. Die Nordlichter. Wir hatten gestern wieder ein Nordlichter. Das ist Wahnsinn. War ganz toll. Also die Vorhersagen auf meiner App sind auch immer passend. Das kommt ganz gut hin. Wir werden benachrichtigt, sobald Nordlichter kommen. Und es klappt ziemlich gut. Es ist heute auch recht kalt. Wieder minus 5 Grad. Aber Gott sei Dank geht der Wind nicht so. Es ist angenehmer. Absolut windstill. Wir haben jetzt richtig Glück noch mit dem Wetter. Gestern Sonne, heute volle Sonnenschein. Wir sehen ja auch keine einzige Wolke am Himmel. Das ist also echt total klasse. Und deshalb können wir heute auch gut die Südfrüste hier genießen. Wir fahren also jetzt Südost zur Diamond Beach heute noch. Was das ist, das zeige ich euch später oder morgen früh. Die jetzige... Das muss ich jetzt schneiden. Ja, jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Rundumblick hier und dann die Tagesbilder von gestern. Hast du noch was, Elke? Nein, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Oh ja, das mache ich auch jetzt. Tschüss. Einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. So, und hier folgt jetzt noch der Rundumblick hier an der steilen Felsküste. Da ist so ein Bogen im Fels. Hintergrund geht schön die Sonne auf. Da hinten hat man noch so ein paar Felsbrückchen, die da aus dem Wasser schauen. Ganz toll, Fotografen sind hier oben und warten auf das beste Licht und was weiß ich nicht alles. Da hinten die Berge, die jetzt von der Sonne angestrahlt werden. Also richtig traumhafte Gute Sehnen. Ja, jetzt machen wir uns mal wieder auf den Weg. Wir brauchen keine tausend Fotos vom Sonnenaufgang. Die haben wir nämlich schon. Haha. Hier haben wir einen kleinen Abstecher gemacht in eine Hochlandstraße. Eine der wenigen Hochlandstraßen, die noch geöffnet sind. Bei der Einfahrt in diese Hochlandstraße stand ein Schild, dass hier eine Furte auf dem Weg liegt. Das heißt, ein River Crossing ist angesagt. Und das wollte ich ja immer schon mal gerne machen hier auf Wiesland. Und irgendwann sind wir dann auch an den Fluss angekommen, der zu überqueren war. Aber das war so ein bisschen undurchsichtig dort das Ganze. Es war vereist, schwer einzuschätzen. Ich habe es dann doch nicht gewagt, über diesen Fluss drüber zu fahren, weil es wären mindestens 200 Meter gewesen, die ich durch das Flussbett hätte fahren müssen. Es gibt Bilder, wo die Leute hinter dem Wasserfall stehen. Ja, hätte ich ja gerne, aber geht's nicht. Im Sommer, kannst du da hin gehen? Aber du hast nicht gekauft, die Kaufe halten. Hm. Gestirrt. Du bist gestirrt. Schade. Ich hätte gerne weniger bekommen. Ja? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie hat Angst um Ihren Lenden. Mit den Tatschikis da geht das alles ein bisschen anders. Die reicheln sich hier durch, die Schäfis. Lauter Eisblöcke auf dem Wasser schwimmen, die so zum Meer rausgehen. Das muss auch sehr schön raussehen. Das hat jetzt natürlich nicht... ... 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